Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir das JSON-Path-Feature verwenden, um aus unserer Nachricht, aus dem JSON-Objekt, einen speziellen Wert zu extrahieren. Den Wert, den wir extrahieren wollen, den sehen wir hier, das ist die 50667, also die Postleitzahl von der Lieferadresse unserer Bestellung. Für uns relevant ist, wie wir von dem gesamten Bestellungsobjekt zu dieser Postleitzahl kommen. Dazu müssen wir von dem Hauptobjekt erstmal auf das Unterobjekt namens Adresse gehen und von dort dann die Eigenschaft Postleitzahl, also PLZ, auslesen. Machen wir das mal im Code. Hier an dieser Stelle ist die Nachricht genau unsere Bestellung als JSON-Objekt und wir werden diesen Wert, den wir auslesen aus dem JSON-Objekt, uns merken, und zwar in einem Property. Die Properties sind nämlich etwas einfacher zu verwenden als ein komplettes JSON-Objekt. Die Properties sind im Prinzip eine Map von String auf Object, die an der Nachricht, die die Route entlang wandert, noch zusätzlich dranhängen. Und die Properties werden meistens nicht an externe Systeme übertragen. Wir verwenden hier ein Property namens PLZ und initialisieren das mit einem JSON-Path-Ausdruck. Und JSON-Path hat eine ganz eigene Syntaxe, also eine eigene Sprache, wenn man so will. Aber wir verwenden hier nur die allereinfachsten Aspekte davon. Wir verwenden Dollar, das ist das Hauptobjekt. Das ist nämlich genau unsere Bestellung, das ist also hier das Hauptobjekt. Und wir gehen jetzt auf das Unterobjekt namens Adresse. Das heißt, wir schreiben einfach Punkt Adresse und dann Punkt Postleitzahl. Und damit extrahieren wir genau den Wert der Postleitzahl und weisen dem dem Property PLZ zu. So, als nächstes können wir dann zum Beispiel genau dieses Property auslesen und auf der Kommandozeile ausgeben. Dazu schreiben wir PLZ, Doppelpunkt, Dollar, geschweifte Klammer auf, Property, Punkt, PLZ. Ja, und das war es schon. Wir müssen jetzt noch in der POM XML eine weitere Library hinzufügen, damit wir JSON-Path tatsächlich verwendet können. Und zwar die Camel JSON-Path-Bibliothek. So, danach wie immer markieren wir das Projekt, drücken Alt F5 und Enter und lassen jetzt mal unser Programm laufen und sehen, dass wir erfolgreich die Postleitzahl aus der Nachricht extrahiert haben. Und da das so einfach ging, wir aber für den Geocoder im Endeffekt noch eine weitere Information, nämlich die City brauchen, duplizieren wir einfach diese Zeile und schreiben hier City, City und schreiben hier Stadt, Property, City. Und schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das sollt ihr jetzt natürlich Postleitzahl und Stadt ausgeben und das tut es auch sehr gut und damit sind wir schon bereit für die nächste Lektion, die es nächste Woche gibt. Bis bald.